ja die müssen ja nicht direkt beim lager sein wir können die bäume von zwei hier unten auf so das wunderbar die karotte kann man ja auch rausziehen kochen wir die mal so ach jetzt sieht man da oben wieder nichts ist das doof na gut machen wir hier weiter wie viel gold brauchen wir für die nächste maschine noch drei gold wir brauchen steinkader und verbrauchen holzlatten auf jeden fall ja das alles was wir noch beschaffen müssen also die quadern die können wir doch schon herstellen oder die stein dinger meine ich ja können wir nur nicht gebrauchen gerade das ist alles aber sonst herstellen können wir die zumindest drei stück wir brauchen für diese maschine vier ja okay und natürlich noch vier bretter und was brauchen wir für einen rucksack rucksack den können wir kraften schon sehr gut dann können wir ein bisschen können wir uns ein bisschen hier schon mal zurecht finden dass ich mal gut spinnen das haben wir auch schon drei das ist sehr gut gold ist ein bisschen wenig stein ist ein bisschen wenig flint haben wir noch okay warten wir das hier nach rum ist hier können wir wissen die bären abpflücken ja ja der geht müssen runter macht aber jetzt noch nichts hier nehmen wir ein bisschen gras mit hier sind noch bären gras strauch gras strauch gras aber der hat gar nicht die augen hier so in dem dunklen so wie der ist der andere hatte ich habe die andere hatte ein bisschen mehr angst vom dunkeln der nicht ganz so hier ja ja was wird 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 hier könnte ich mir in zeit kraft dann könnt ihr mir schon kirche machen das ist ganz gut das machen glaube ich sei ist doch hier irgendwo oder auf nee wo ist das sein kann ich noch kein sein da so man hat es nicht gesehen ich wusste wo war das doch da machen wir uns immer so das ist schon mal sehr gut so wir suchen aber immer noch steine ohne steine machen wir gar nichts und ohne holz auch nicht das heißt wir fällen bei diesen riesen baum hier ich habe 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 und dann ist ich dann ist die hacke kaputt machen wir zur neue alles mitnehmen ja fünf holz ist schon mal besser als nix naja schon wieder grad sich der am rad kann ja nicht immer stein fläche sein dass wir natürlich nicht cool aber nein gras 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 da um ist stein ja fällt mir mal direkt den stein hier weg aber nur einen einzigen hier ist ja doof und dann noch nicht mehr als gold dabei ja okay gucken wir einfach hier ob es noch was mehr gibt ich wäre auch mit bienen zufrieden so wie gerade hatte ich die biene auch schon alles zusammen da konnte es aber nicht mehr einsetzen ach ja kommen wir nehmen mal ein bisschen obst und so mit das zum beispiel sieht es aus wie die landschaft zu ende ungünstig würde ich sagen dann gehen wir ein bisschen die spitze ja das zu ende oder sumpfgebiet ist schön für papyrus aber nicht so gut für stein glaube ich aber schön dass wir schon mal nähe haben das ist aber gar nicht mal so schlecht wir brauchen holz erstmal und stein vor allen dingen stein so nehmen alles mit also da ist sumpf dann gehen wir unten weiter und für hier irgendwo stein finden aber es ist steine so mangelware sind das ist echt schon blöd eigentlich flint haben wir jetzt schon wieder jede menge da haben wir immer irgendwie jede menge von das am anfang fehlt 1 oder 2 und danach ist alles gut spinnen soll mir die angreifen ich würde sagen ja was machen wir ich bin jetzt immer gebrauchen da kommt zwei stück ok ein schlag zwei schlag drei schlag vier schlag und die ende machen so fertig damit kann man immer noch verfüttern und steinigen auch gleich mitnehmen na komm her solange man dich haut machst du ja nix aber schade hätten ein paar mehr spinnnetze rauskommen können für meinen geschmack oder hinten ist auch noch stein sehr gut so spinnnetze nehmen wir mit danke haben wir das noch kaputt oh gold sehr gut gold ist immer gut haben wir jetzt drei stück ne vier stück haben wir schon die maschine bauen brauchen wir nur genug stein und genug holz noch das könnten wir gleich alles kriegen super dann sind wir schon mal weiter als beim letzten mal hier ist auch spike tree ich hoffe ich den fälle dann kann ich ein paar andere waffen raus machen aber ich glaube der tut sich auch wie wenn er den feld bin mir jetzt mir gerade nicht mehr sicher auf jeden fall muss man hier aufpassen wegen dieser komischen schweine schweine ich kann nicht widerstehen nein ich muss die schweine an ich habe keine waffe eigentlich ich habe keine richtige waffe das lassen wir besser mit dem schwein stattdessen nehme ich hier noch ein bisschen die steine mit wir schon mal hier sind schweine lassen wir am leben ja dann herum störst mich nicht obwohl ich kann ich eigentlich zum friend machen willst du mein freund sein machen wir gleich mal und dann käme dich bei mir in der basis so den nehmen wir noch mit kein gold mehr schade 6 gold haben wir reicht das man ist zumindest ein anfang mit willst du mit bist du jetzt freund ich glaube hier unten könnten auch noch steine sein ist einfach die gegend dafür oh ja nehmen wir natürlich alles mit noch so lange es können vielleicht kann mir das schweine dabei helfen das kann natürlich nicht your friends ich weiß ich bin ein freund gibt mir gold kannst für dein fleisch bezahlen was ich gegeben habe macht er auch nicht dann müssen wir gleich wieder nach hause die nacht bricht gleich rein schade haben nicht genug holz gesammelt nahm nach hause hier werden auch mehr steine seien da unten genau kommen wir eigentlich noch umhauen dann gehen wir gleich mit der fackeln nach hause ja ja kommt kein gold ich dachte mir die große stein am er gold aber nein ist nicht so wäre jetzt so einfach ja hau ab weiche nach ja noch steiner auf jeden fall genug das ist ja schon mal etwas fackel haben wir auch noch das heißt wir können diesen stein noch locker mitnehmen ja bleib mal lieber bei mir ich habe welchen feuer acht gold perfekt würde ich sagen so wo ist mein lager dahin nur so weit weg ich bin jetzt zwischendurch noch soll ich nur dieser straße folgen oder ich weiß nicht auf der map sieht man die straße leider nicht blöd gemacht würde ich sagen das hier runter im winter brauchen wir die fackeln nichtmals weil ich noch rechtzeitig im lager ankomme das wäre natürlich hervorragend da ist mein lager wo ist mein holz ich habe kein holz habe ich gar kein holz cool na dann sehen wir ein bisschen alt aus wo ist meine axt da bist du doof hast kein holz ich kann alle meine stücke verbrannt einfach nur will ich ach da habe ich das holz aber jetzt einfach nicht gesehen lalalalalalalalalalalalalalalala ich bin so blöd so blöd das tut es schon weh es tut richtig weh so blöd bin ich so jetzt hat es noch ein paar bäume einfach damit wir hier ein paar haben die wir dann bei zeit mehr fällen können oder wo wir dann wieder ein baumbad kriegen wer weiß das schon wir versuchen wieder unser glück so jetzt können wir eigentlich schon die science maschine bauen dafür müssen wir erstmal bretter herstellen ich glaube vier stück oder was brauchen wir dafür geht doch nicht zu haben wir dafür noch genug holz nein haben wir nicht wie weit sind die bäume hier da können wir noch ein zwei davon schon fällen ja das geht schon feuer brennt ja hell genug ja den dann noch so da also ich war doch hier noch ist alles gut ja dann warten wir dass die nacht einfach vorbei ist kommen sollen wir mal eben das pick mal das ab nicht den baum fällt nein auch nicht den bäume fällen den baum können wir fällen super super ist jetzt ist kaputt gegangen jetzt haben wir kein wie viel haben wir denn erreicht das schon zwei stück müssen noch kraften nein mir fehlt ein stamm alter mir fehlt ein stamm ernsthaft nichts mehr zum einsammeln hier nein da ist ein stock ich habe doch jetzt ein stock hallo wo ist das problem crafte das jetzt ja die dinge hier müssen wir später auskramen wenn wir mal stücke haben um eine schaufel zu bauen so lange bleiben wir die stiefel stehen ist auch schön so jetzt hoch machen wir noch ein brett ein brett sozusagen ein brot was nein davon haben wir auch vier das heißt wir können die maschine jetzt bauen so endlich ist das geil turbo farmplot wir können ein paar farmplots bauen wir haben aber gar keine samen hier aber bauen können wir trotzdem das ist schon mal was machen wir einfach mal hier hin ich würde sagen so das hier wird ja quasi meine haupt nahrungsmittelquelle also bauen wir mal davon vier stück erstmal hier hin oder noch mehr was kostet es denn noch krasser krass haben wir genug und jeweils zwei scheiße das heißt dann machen wir sechs stück würde ich sagen so passt er nicht mehr da hin nein als hätte so gut ausgesehen naja kommt da hin so jetzt sammeln wir mal hier die dinge auf das da und das da hau ab vogel so meine samen plant plant und jetzt versuchen wir zu verteleisen mal wieder verteleisen aber muss ja glaube ich mit der maus genau darauf zeigen okay das muss man erst mal hier genau gucken wie es geht so jetzt brauchen wir natürlich noch mehr holz holz ist jetzt irgendwie gerade mangelware wir müssen auch noch chest bauen und hast du nicht gesehen aber wir haben auf jeden fall schon mal die maschine hier wir sind weiter als letztes mal so ich würde sagen dann sollen wir mal ein bisschen erfahrungspunkte und schmeißen das hier in die maschine kann man das nicht mehr das ist ja interessant it's even more science than the last one ja ist ja logisch kann man irgendwas da reinschmeißen kann man geht das nicht mehr können die jetzt alle nicht mehr oder was ich weiß es nicht mehr wie man jetzt überhaupt noch sachen erforscht keine ahnung habe ich hier für eine schaufel ne ich habe mir fehlen stöcke quasi darum sind zwei stöcke ein bisschen das lager aufräumen hier und wenn ich die schaufel habe und da unten das lager auf kommt habe dann ist diese folge auch schon wieder vorbei es tut mir leid aber manchmal ist das so ich wollte keine achse ich wollte eine schaufel oh man da ist noch einer achse kann man später mal gebrauchen ist kein problem so jetzt aber schaufel nach muss ich extra in die nähe sein erst mal nein deswegen habe ich das gerade gemacht ich wusste doch ich habe doch die achse eigentlich angeklickt so wir kommen hier so ist schön ich nehme mit ich buddeln wir aus hier das gibt auch jedes mal noch holz ja ja die samen werden schon wieder geklaut aber es macht mir nix sie spucken auch immer wieder neue samen aus alles wird gut wir müssen auf jeden fall noch was essen bevor wir von dann reiten von dann reiten das ist noch ein paar bäume an hier und wir auch genug für die zukunft haben so und da noch einen hin ich weiß noch ein bisschen hier rein so hier möhren nein ich nicht roh essen junge ich hoffe ich es denn noch sagen immer schön alles kochen bevor man es isst das ist überhaupt wieder irgendwas im wir müssen auf jeden fall wieder diese kochstelle bauen was brauchen wir denn dafür so wir sind voll für die kochstelle brauchen wir crockpot ist das das oder eisblock ne das haben wir noch nie crockpot haben wir noch nie erforscht aber das ist doch zum kochen oder make better food ja brauchen wir holzkohle für äste und steine holzkohle dafür müssen wir den wald abfackeln sechs stück das ist ein ganz ganz da müssen einen großen wald für abfackeln haben wir nicht gut bei zeit machen wir das dann mal hier können wir so ein bisschen rum verkommen aber es gibt nicht viel holzkohle soll ich mal ausprobieren machen wir einfach mal ja ja leid wie okay das brennt das brennt alles ist gut ha schön das gibt genug holzkohle auf jeden fall ja so macht man holzkohle man brennt der eigenen wald ab ich kann mir gleich neue holen ist kein problem hier so und es wird schon wieder dunkel schon wieder mein gott es wird hier immer dunkel und wir sind schon wieder über der zeit weit über der zeit wir werden jetzt immer die holzkohle einsammeln und dann brechen wir ab dann sind jetzt aber schon das sind ja 16 minuten folgen mein gott also könnt ihr euch mal freuen kriegt ja 16 minuten folgen das ist ja nicht übel jetzt haben wir noch einigen eben alles einsammeln mein auge ich muss sowieso jetzt aufhören ähm und dann werde ich jetzt noch single player minecraft aufnehmen müssen wenigstens noch ein paar folgen und dann ist alles gut dann werde ich noch was anderes vorbereiten das für die fährt auch heute fertig machen das weiß ich noch nicht das werden wir noch sehen soll schmeißen mein holzkohle rein gerade weil einfach nur weil es besser brennt so und dann schmeißen wir noch das hier rein und dann würde ich sagen bis zum nächsten mal tschüss 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 tschüss